Willkommen. Ausgegebenen Anlass gibt es jetzt mal ausnahmsweise ein Video außerhalb des Lehrplans. Bei diesem mathematischen Rätsel dreht sich alles um eine Flasche Glühwein. Und hier ist unser Rätsel. Eine volle Flasche Glühwein kostet 5 Euro. Der Wein ist 4 Euro mehr wert als die Flasche. Wie hoch ist das Flaschenpfand? Empfehlenswert wäre es natürlich, dass ihr jetzt auf Pause drückt und euch selbst Gedanken darüber macht, wie hoch dieses Flaschenpfand ist. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, wenn ihr das Gefühl habt, nach 1 oder 2 Sekunden die richtige Lösung zu kennen, denkt daran, das ist ein Rätsel. Da gibt es bestimmt irgendwo einen Hacken. Ich gehe an dieser Stelle davon aus, dass jeder, der es herausfinden wollte, schon herausgefunden hat oder wenigstens es probiert hat. Natürlich kann man das Problem oder dieses Rätsel auch durch ein bisschen Überlegen im Kopf lösen. Ich werde jetzt versuchen, das Ganze auch rechtlärisch zu verdeutlichen, was hier eigentlich gemeint ist. Wir fangen an mit dem ersten Satz. Eine volle Flasche Glühwein kostet 5 Euro. Naja, erstmal muss man sich Gedanken darüber machen, wie setzt sich dieser Preis für die volle Flasche Glühwein zusammen. Naja, der Preis setzt sich zusammen aus dem Weinpreis, was ich jetzt hier mit W abkürze. Und dazu kommt noch der Flaschenpfand oder die Flasche. Und die kürze ich dann mit F ab. Zusammen ergibt das natürlich 5 Euro. Der zweite Satz ist allerdings der wichtigste. Und zwar, der Wein ist 4 Euro mehr wert als die Flasche. Das bedeutet, der Preis für den Wein, dieses W, setzt sich zusammen einmal aus dem Flaschenpreis plus 4 Euro. Und wenn wir jetzt dazu von oben nochmal den Flaschenpreis addieren, dann sind wir wieder bei 5 Euro. Und an dieser Stelle entweder durch ein bisschen Überlegen oder durch das Lösen dieser Gleichung findet man problemlos diesen Flaschenpreis raus. Ich werde das Ganze jetzt ein bisschen mathematischer angehen. Also, wir trennen die Unbekannten von den Bekannten. Das heißt, die 4 geht rüber mit minus 4. Und F plus F ergibt 2F. Auf der rechten Seite haben wir dann 5 minus 4, entsprechend 1. Am Ende teilen wir durch 2. Und somit haben wir unser Flaschenpreis. Also 50 Cent. Ich wünsche euch schöne Weihnachten und schöne Feiertage.